Musik Interview mit dem ersten Armutsbeauftragten in Deutschland für den Evangelischen Kirchenkreis in Herr Köln. Thomas Dewakwar ist Armutsbeauftragter Diakoniewerk Semeon GGMBH und seit 01.01.2020 auch für den Evangelischen Kirchenkreis in Herr Köln berufen. Er ist der erste Armutsbeauftragte deutschlandweit. Er bleibt Leiter vom Diakoniehaus Britz und ist in seiner Ehrenamtsfunktion Sozialbeauftragter der Neuköllner CDU. Guten Tag Herr Dewakwar. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie 2017 Armutsbeauftragter wurden? Ja, Herr Voss, das hat mein Arbeitgeber, das Diakoniewerk Semeon 2017, so entschieden. Und das hat natürlich auch eine Historie, das Ganze. Neben meiner Arbeit als Leiter des Diakoniehaus Britz war ich ja bekanntlich 2015 auch zuständig für den Aufbau des Flüchtlingsheimen Altersrathaus Wilmersdorf mit 1150 Flüchtlingen. Und da war es absolut notwendig zu organisieren, zu koordinieren, Hilfen zu leisten und Hilfen, die jetzt nicht so schnell kamen über den Senat oder über den Bezirk, das doch aus Eigeninitiative mit einem ehrenamtlichen Staat zu meistern. Darüber hinaus war ich dann noch zuständig für die T- und Wärmestube. Die T- und Wärmestube gehört zum Diakoniewerk Semeon und ist eine Einrichtung für Obdachlose und wohnungslose Menschen. Und da harbert es ja ständig irgendwie mit Finanzierung, mit ausreichend Finanzierung. Und deswegen habe ich mich darum gekümmert, dass zumindest die Differenz der Zahlungen über Spenden eingeworben wird, dass die Menschen auch mal irgendwelche Ausflüge machen können. Oder Weihnachtsfeiern oder Osterbranche oder Dampferfahrten. Das war meine Aufgabe und daraus ist dann entstanden, weil es ja auch immer mehr wurde, dass der Arbeitgeber dann 2017 sich entschieden hat, doch den Titel des Armutsbeauftragten aufzurufen. Und ja, das ist tatsächlich einmalig. Herr Divaquan, wie sieht Ihre Arbeit aus? Sie entwickeln ja aber auch neue Ideen, zum Beispiel in Sachen Obdachlosigkeit. Welche sind das? Herr Voss, das ist eine gute Frage, aber neue Ideen braucht man eigentlich nicht, sondern die Ideen gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Sie sind nur irgendwo in der Schublade verschwunden und ich möchte einfach verhindern, dass Menschen auf der Straße liegen, in Parkanlagen, in U-Bahn-Schächten oder wie man eben hier in Berlin auch deutlich sieht, unter Brücken schlafen. Also mit der Wohnungsknappheit wird natürlich die Situation noch schlimmer und ich fände es einfach gut, Obdachlosen und Wohnungslosen zumindest anbieten zu können, in ehemaligen Gemeinschaftsunterkünften vorübergehend zu leben. So ähnlich wie in der Flüchtlingskrise, wo die Flüchtlingsheime aufgebaut wurden, dass man den gleichen Ansatz findet, um die Menschen zumindest vor der Kälte zu retten, vor der Stigmatisierung zu retten, vor körperlicher Verletzlichkeit zu retten. Die Menschen brauchen einfach Sicherheit und man kann nicht sagen, naja gut, der Mensch, der auf der Straße liegt, ist selber schuld. Das ist nicht so. Man muss auch die Gründe der Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit schon mal nachvollziehen. Und wir erleben das ja gerade so in den letzten zwei, drei Jahren ganz massiv, dass Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit massiv zunimmt, dass immer mehr Tafeln entstehen, wo Menschen Schlange stinken, um Lebensmittel zu bekommen, weil sie mit ihrem Geld nicht mehr ausreichen, das, was sie noch haben. Und es ist einfach wichtig, dass man den Menschen wieder Zuversicht gibt, dass man sie begleitet mit Sozialpädagogen und Streetworkern und ihnen auch das Gefühl gibt, sie sind nicht allein und es ist keine Schande, arm zu sein. Herr De Waqwa, das Diakoniewerk Semyon betreibt ja auch die Tee- und Wärmestube in der Weisestraße 34. Welche Aufgaben obliegen Ihnen? Ja, Herr Voss, Sie kennen die Einrichtung, Sie waren ja auch schon ein paar Mal vor Ort. Es ist leider die einzige Einrichtung noch in Neukölln. Dort gibt es Sozialarbeiter, Ehrenamtliche. Es gibt eine Kleiderkammer und die werden auch gut versorgt, zumindest was Kleidung und Nahrung betrifft. Und die medizinische Betreuung ist relativ gesichert durch einen privaten Verein in Berlin, dass es Medizin hilft, die sich also schon in der Flüchtlingskrise hervorragend etabliert haben. Und diese Gruppe Ärzte und Krankenschwester sitzen in Zehlendorf und die betreuen auch im Moment die Tee- und Wärmestube. Gut, jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber ansonsten sind sie 14-täglich vor Ort und versuchen den Menschen, zumindest kleine Wehwehchen oder wie auch immer, sich das anzuschauen und zu sagen, okay, der Mann muss ins Krankenhaus oder die Frau und hier müssen wir nochmal eine Behandlung anschließen. Wie gesagt, alles ehrenamtlich, alles kostenlos und da sind wir relativ gut aufgestellt. Und wir haben im Moment in der Tee- und Wärmestube mit der Aktion Lunchpakete, gerade in der Corona-Zeit, zwischen 60 und 100 Gäste, die dreimal wöchentlich ein Lunchpakete bekommen. Im Moment eben nicht aus der Tee- und Wärmestube, sondern das wird alles vorbereitet im Diakoniehaus Britz und wird dann in die Tee- und Wärmestube gebracht und dort werden die Menschen zumindest mit gutem Essen versorgt, damit zumindest die gesundheitlichen Schäden so gering wie möglich gehalten werden. Gerade wenn es um Essen geht, ist es ja notwendig, dass ob Dachlose und Wohnungslose ein gutes Nahrungsangebot bekommen. Da ja nun bekanntlich ist, wer schlechte Nahrung zu sich nimmt oder kaum noch Nahrung zu sich nimmt, ist natürlich der gesundheitliche Schaden für Leib und Leben ziemlich groß und das wollen wir damit vermeiden. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, dass nach Corona sich die Situation etwas entschärft und die Tee- und Wärmestube wieder öffnen kann. Die mangelnde Gesundheitsversorgung ist Ihnen ebenfalls ein Dorn im Auge, oder? Ja, das ist eine gute Frage und das kann ich auch relativ schnell beantworten, Herr Forst. Es gibt Ärzte, die halten Obdachlose absolut für nicht praxistauglich. Sie sind schmutzig, sie riechen unangenehm, so heißt es zumindest. Aber ich stelle dann immer die Frage, ja, wo sollen Sie sich denn waschen oder Kleidung wechseln oder Ihre Notwurft verrichten? Das ist die 50 Cent, die in öffentlichen Toiletten verlangt werden, können sich die meisten nicht leisten. Und ich mache nur den Vorschlag, mobile Dusch- und Toilettenwagen aufzustellen. Dazu gehört aber auch nicht nur in mobilen Duschwagen, sondern an diesem Duschwagen muss auch eine Kleiderkammer angeschlossen sein oder ein Kleiderwagen. Denn es ist ja, das wissen Sie selber, wenn Sie duschen gehen, dann wechseln Sie die Kleidung. Und das können Obdachlose nicht. Also duschen ist gut, aber die Kleidung müsste dann gleichzeitig gewechselt werden, damit die hygienischen Voraussetzungen zumindest da ein bisschen angepasst werden. Aber das ist natürlich sehr teuer und das kann sich auch keiner leisten. Wir haben mal so einen Kostenansatz gemacht, so ein Auto zu mieten oder, also da kommen wir schon in fünfstellige, sechsstellige Bereiche teilweise. Und das kann sich keine Einrichtung leisten oder ein großer Sozialträger, selbst große Sozialträger scheitern daran. Und ich würde aber dafür plädieren, dass Obdachlose Wohnungen bekommen und dass sie dort versorgt werden können in ihren Wohnungen, so ähnlich wie das in Kanada oder in Finnland gemacht wird. Erst die Wohnungsversorgung und dann wird den Menschen weiterhin geholfen, ins zivile Leben zurückzukommen. Aber das ist eine lange, lange Geschichte. Sie haben im ersten Lockdown die Aktion Lunchpakete ins Leben gerufen. Was kann ich mir darunter vorstellen und welche Unterstützung bekommen Sie? Die Obdachlosen und Wohnungslosen trifft und traf die Corona-Küße natürlich besonders hart. Also die Menschen, die eigentlich nicht zu Hause bleiben können, weil sie kein Zuhause haben. Die Aktion Lunchpakete wurde am 17.03. ins Leben gerufen, aufgrund der notwendigen Schließung der T- und Wärmestube in Neukölln in der Weißestraße durch die Bestimmung zur Eindämmung der Corona-Krise. Es war natürlich nicht mehr möglich, da das Ehrenamt komplett weggebrochen war, dass die T- und Wärmestube in irgendeiner Form die Versorgung aufrechterhalten kann. Daher hat dieses Team aus dem Diakoniehaus Britz die Versorgung übernommen, hat das kalkuliert, hat den Wert kalkuliert. Solche Lunchpakete liegen bei ca. 3 Euro. Das beinhaltet allerdings den Einkauf, den Transport, den Strom- und Wasserverbrauch, das Einweggeschirr, die Zubereitung sowie die Ausgabe. Alles basiert natürlich auf freiwilliger Leistung und wurde auch durch die Geschäftsführung des Diakoniewerks Simeon und durch den Evangelischen Kirchenkreis massiv unterstützt. Am Anfang war es natürlich noch nicht klar, wie die Finanzierung sein wird. Es ging immerhin um 350 Lunchpakete pro Woche. Und somit sind das weit über 1.000 Euro gewesen und in dem Zuge wurde dann eine große Spendenaktion aufgerufen. Im Netz über Facebook, über Instagram, über die Medien und die Berliner Sparkasse, Samarita Pugors, Aktion Mensch sowie die Kirchenkreise und ihre Gemeinden halfen mit, um zumindest das finanzielle Fundament herzustellen, sodass die Aktion Lunchpakete doch weiterlaufen konnte und somit auch über Monate abgesichert war. Das war natürlich eine großartige Leistung und auch private Spender kamen dazu, Edeka Lauermann kam dazu. Also es gab viele, viele Menschen, die sofort geholfen haben, ob das jetzt in Nahrungsmitteln waren oder in finanzieller Art oder indem sie ihren Transport übernommen haben. Auch die Parteien des Bezirks Neukölln waren dabei. Also die Spendenbereitschaft war sehr, sehr hoch, obwohl viele der ehemaligen Spender von der T- und Wärmestube ja selber in Existenznöte geraten sind, dadurch, dass die Restaurants und die Kneipen zugemacht haben. Absehbar ist aber, dass in diesem Jahr das Spendenaufkommen vieler privater Spender eben nicht mehr möglich sein wird, da die Existenz weiterhin der Geschäfte weggebrochen ist. Und trotzdem, trotz der wirtschaftlichen Einbrüche, kommt Hilfe von vielen Seiten. Und ich werde immer wieder gefragt, warum denn die Kirche oder das Diakoniewerk nicht finanziell einspringen. Dazu muss man natürlich wissen, dass Lebensmittelausgaben von keinerlei Zuwendung im Budget abgedeckt sind. Und somit sind natürlich Einrichtungen wie die T- und Wärmestube Neukölln weiterhin auf Spenden angewiesen. Wir dürfen auch die Ärmsten und die Armen nicht im Stich lassen. Und ich plädiere doch weiterhin auf die Solidarität der Bevölkerung, die sehr hoch ist, dass ihr uns weiter unterstützt. Herr Diwakwa, stimmt es, dass Sie die Petition an Ernährungsministerin Klöckner losgetreten haben? In ihr wird gefordert, dass alle Supermärkte ihre überschüssigen Lebensmittel an soziale Einrichtungen abgeben müssen. Meine persönliche Meinung, was Sie wegwerfen, ist ja wirklich unfassbar. Ja, das ist richtig. Frankreich und Tschechien machen es ja vor. Es kann auf keinen Fall so weitergehen, dass Millionen Tonnen Nahrung weggeworfen werden. Und ich plädiere dafür, dass die Märkte Verträge mit Einrichtungen schließen und Lebensmittel auch dorthin verbringen. Sie sparen natürlich im Gegenzug die Entsorgungskosten, die ja nur auch nicht gerade niedrig sind. Aber zumindest würde das auch bedeuten, dass die Unmengen von Ressourcen, die hier vernichtet werden, auch dem sozialen Zwecke zugeordnet werden können. Und somit würde das Problem wegfallen, dass elf Millionen Tonnen pro Jahr an Lebensmitteln einfach auf den Müll geworfen werden. Und die Tragik an der Geschichte ist, dass soziale Einrichtungen oder Tafeln eben darauf angewiesen sind, Nahrungsmittel zu bekommen. Und wo es dann auch sehr problematisch wird, dass sie dann ausreichend bekommen. Aufgrund auch der hohen Anzahl an Menschen, die mittlerweile Hilfe suchen. Letzte Frage. Glauben Sie, dass Sie der einzige Armutsbeauftragte in Deutschland bleiben? Herr Forst, das ist ja eine gute Frage. Und die kann man relativ gut beantworten, indem ich sage, ich hoffe es nicht. Vielleicht gibt es ja schon bald Kollegen auf Landes- oder sogar auf Bundesebene. Was wir wirklich brauchen, ist ein überparteilicher nationaler Rat, der sich um das Thema Armut kümmert und sie bekämpft. Und das würde ich mir wünschen, dass nicht nur der Evangelische Kirchenkreis Neukölln als Pilotprojekt betrachtet wird oder als Pionier, sondern dass alle Kirchenkreise und vielleicht dann sogar auf Landesebene diesen Weg mitgehen und eine Koordinierungsstelle einrichten, die eben auch den Titel trägt, Armutsbeauftragte. Und ja, wäre doch toll, wenn es einen Armutsbeauftragten für das Land Berlin gäbe oder sogar in der Bundesregierung. Herr Deweckwa, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Gesundheit. Tschüss. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Gesundheit. Tschüss.